ARD Text im Auftrag von Funk So, jetzt gehts weiter. ARD Text im Auftrag von Funk 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 So ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk Oh mein Engel, das ist so scheiße Endlich ARD Text im Auftrag von Funk Schau ich das zum Hähnchen noch? Scheiße. Nein, 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 jetzt kommt genau das. Ich liebe das Spiel. Oh klar, der kann ich auch noch. Oh, ja, ja, ja. Hm, easy. Ja komm, das geht gar nicht hier. Specials sparen funktioniert hier nicht. Oh ja, gib mir den Bett. Ach, scheiße. Und unverdrückt. Meine Unfähigkeit wird präsentiert in Full HD. Juchy. Juchy. Also es fühlt sich auch wirklich schwer an. Also das ist gar nicht mal so simpel. Habe ich irgendwie einfache Ernennung. Oh, hier gab es natürlich so einen geilen Scheiß. Es schreit schon wieder nach Level Ende. Ne. Doch. Los geht's. Achja. Oh, oh, oh. Achja. Ich muss einer. Oh, 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 oh. 2 im innen auch ein weiteres mal hier strapaziert So, erstmal reinhauen hier. Oh, gleich mal special, bevor ich wieder draufgehe. Okay, weg. Ja. Ja, guck mal rein, zeig. Also ich habe echt das Gefühl, ich spiele auf hart hier nicht auf normal. Das muss ich doch easy machen dieses Mal. Hier hast du die Wahl. Schau dir die nächste Stage an oder jump wie ein Cheater in die darauf folgenden Stages. Aber ich glaube das geht jetzt wahrscheinlich so weit er bis er da aufgeht. Da man die Energieanzeigen von denen nicht mehr.